Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. Mit dabei der Sascha, Moinsen und der Skrall. Hello-lo. Und wir sind mal wieder Twisted Treeline und die üblichen Regeln gelten. Oh ja. Steinraten. Lass. Nein. 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 Ja. Ja. Übertreib bald. Easy. Lame. Ich bin gerade am überlegen, ob ich nochmal drücke, weil ich mit Malford halt schon diverse Male gespielt habe. Ja, aber ich auch mit Morgana. Aber wenn wir jetzt re-rollen und da kommt nochmal ein squishy Magie aus. Ja, aber der Sinn des Formats ist so, Leute zu spielen, die man noch nicht gespielt hat. Ja, hat mal gesehen. Oh, ich hab wieder nie gespielt. Gespielt. Mama. Brrrrr. Ich hab keinen Schimmer, wie man Mundo spielt, ne? Aber. Wird schon schief gehen, der Blitz. Oh Gott. Weiß? Dann le-rollt er und spielt dann Mundo und dann weint er. Oh, Mama. Ich sag nur. Ich kann aber Mundo noch gar nicht spielen. Alles klar. Halt jetzt endlich die Fresse. So, ich muss jetzt mal meine Masteries hier noch setzen. Oh, dieser volle Idiote. Oh, es geht nicht mehr. Oh ja. Und dann hab ich die denn? Und ich will keinen Burn dabei haben. Doch, ich will einen Burn dabei haben. Gut, dass meine Masteries jetzt nicht, äh, ja, Burn. Ignite. Oh, Burn. Gut, dass ich auf jeden Fall jetzt Ding nicht dabei hab hier. Gut, dass ich auf jeden Fall Ding nicht dabei hab. Warte, du bist echt ein Spast. Das sagst du. Ja, sag ich. Ja. Meinst du selbst gegen, was spielen wir? Wir spielen gegen Ilaui, Diana und Wukong. Ilaui wird richtig nervig. Ja, Diana auch. Ilaui, die mit ihren komischen Tentakelen. Eeeh. Ich hab keinen Plan. Spiel häufiger, lol, Junge. Äh, vielleicht. Super Skull, hast ja richtig geile Masteries dabei. Ja, hab ich. X. Alter, ich bin der X-Man, Leute. Das ist nicht dein Ernst. Ich hab die Masteries nicht fertig gekriegt, weil irgendwie konnte ich die dann nicht mehr wegnehmen aus dem Skilltree. Warum hast du sowas nicht fertig? Fertig? Fertig. Fertig. So, wie du mich machst. Fertig. B-b-b-bleh. Oh, da geht's wieder los. Sascha, ich geh mit dir auf eine Lege. Ne, ich spiel support. Ja, support Morgana klappt auch immer so gut. Hey, Morgana ist support. Willst du nicht Annie unten supporten? Deine Mutter will Annie unten supporten. Dankeschön. Der Typ, ey. Ah, meine Herren, ey, Leute. Erstmal gucken, ob wir nicht wieder eine lustige Konstellation hier haben. So wie letztes Mal. Bleibt nicht im Busch, damit man ihn trappen könnte. Tanzen. Wird übergewertet. Okay, die haben keinen Bock, oder was? Wir spielen gegen Bots. Könnten wir wenigstens mal gewinnen. Ja, hätte letztes Mal der Damage-Dealer Damage gemacht, hätten wir auch gewonnen. Ohne Spaß, ich will sehen, wie du mit LeBlanc spielst. Mit LeBlanc, ey? Das hätten wir ja jetzt haben können, aber nein. Affe! 9. Ich hab immer noch keinen hier. Also Sascha, du wirfst deine Exe so gut, wie du mit Blitzcrank grabst. Oh, weils Maul, Skrommish. Also ich hab zwei hier unten. Das ist schon mal sehr erfreulich. Ja, gell. Willst du jetzt ernsthaft hier unten bleiben? Ja, komm, ich geh runter. Oder soll ich mit nach unten? Illaoi ist ja eher der Tank von dem Gegner zu. Ja, eigentlich sollten wir dann komplett switchen, eigentlich gerade, so wie es aussieht. Ja, da würde ich alleine... Achso, so meinst du das. Ja, mir ist das wurscht. Ja, dann lass mal switchen, bledig. Wie, wie weit wollen die mich verfolgen, ihr Lappen... Minions? Ja, dann geh mal hoch. Hup, skip, jump! Und hier steht die Diana drin, okay. Ja, ja, passt schon. Ja, nein, kann mich mal. Na krieg ich den? Nein, krieg ich nicht mehr. Bei Andy hab ich auch mal wieder Bock drauf, die zu spielen. Ja, das gewissen hat nichts. Ich hab mich richtig gefreut eben. Das ist meine Ehe. Ups. Ich hab meinen Stun verbraten, ich troppel. GG. Ich hab den Stun jetzt ready, Sascha, falls du den Braus gehst. Was viel? Schön, dass du einen Minion getroffen hast. Du wirfst, äh, schießt deinen Stun genau wie ich bin, Blitcrank-Fuckstur. Ja, das war richtig. Genauso scheiße. Zack und diesmal treff ich. Guck. Das scheiße ist ne gute Idee. Hast du dein Heal noch nicht? Nö, mein Heal soll ich als, äh, als letztes scannen. Echt? Ja. Das Schild hat auch nicht mehr so lange, wie es man hielt. What the fuck? Kann man jemanden? Ja! Genau, das Ding greift den Tower an. Ich mach eine Attacke. Ich denke, ich hab ein Heal. Du hast auch ein Heal. Nein! Kack, Minion. Hä, wie healt sich denn wieder nochmal? Nein! Und du? Äh, Ulti. Ja, richtig. Ja, danke, Scroll! Ich setz grad hinten in die Attacke, äh, den Skill an, wo ich denke, dass es mein Heal unter Leben geht runter. Immer weiter runter. Nein, weil, eigentlich verbraucht alles Leben. Alter! Unter bestimmten Umständen leben wieder. Ich hab übrigens Miss... Oh, da ist es. Ja, die wollen den Tower nehmen. Ja, komm doch mal hinten. Vorsicht, Diana kommt uns in der. Ähm, Wukong ist auch da. Ich bin aber fast glatt. Oh mein Gott! Ich geb den Schild! Oh mein Gott! Äh, Blöde geht gerade drauf, will ich nur so anmerken. Okay, geht er nicht. Blöde? Start da nicht dahin? Doch! Fuck! Warum? Ey, der stand mitten in meinem Feuer! Der stand mitten im Weg! Jetzt haben sie es doch eingenommen. Wunsch grad voll! Ach, das kotzt mich jetzt an! Das ist prima! Auch meine Seele zu klauen! Das ist lächerlich! Mundo, draufhauen! Mundo, draufhauen! Mundo, draufhauen! Mundo, draufhauen! Ja, das wär schön, wenn Sascha das mal machen würde. Ja! Oh, Alter! Wenn du mit dem Beil triffst, kriegst du glaube ich Hälfte des Verbrauchten Lebens wieder. Irgendwie so war das. Du meinst die Axt. Ja, sag ich doch, Beil! Das ist ein Beil! Das ist ein Beil! Ich hab Pfeil verstanden. Tut mir leid! Nee, wenn du mit deinem Pfeil schießt, Sascha. Weil Mundo auch so einen dicken Pfeil hat. Ähm, wo kommt Fehl? Und ich fällkacke meine Lastwitz. Ich glaub ich bring Sascha heute echt zu Weißgut. Boah, was? Ja! Da fehlt noch Diverses. Schade. Wer hat sich ihn hier geholt, die Pussy? Was? Max ich für meine Q max ich zu. Okay. Also ich hätte einen Stun ready, wenn du einen bohrst. Und? Ich bin Tank. Ich mach nicht viel Damage. Leute. Soll ich dann mehr auf Damage gehen oder wie, dass du Support spielst? Ich wollt grad sagen, du hast mein Support und du kannst mir irgendwie alle nachsitzen. Ja! Sorry, mir liegt halt das ADC seinem Blut. Komm lass kommen, ich stehe dir hoch. Was wollen wir denn da? Pisser. Achso, das kann man schon wieder einnehmen. Ja, gut. Mundo gehen wo er will! Mundo. Mundo. Da kommt sie ja noch. Wo? Hier war sie gerade. Und da ist sie. Ach komm, da rät sie gerade aus. Mundo. 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 Mach nen Count in mein Video. Wie oft wirft Sascha die Axt daneben. Die.. Den Pfeiler. Jaaach, weg mich doch! falsche Advent! Ähm... SS bzw. 嗎... dankeschön übrigens. Gerne... Au, da war der Sunreal! Da war der Sunreal! Daa war der Sunreal! Na los jetzt. Ich bin geslo- Alter, i kriegs hin. Scrum, was tun kann der Match? Du schwarz interested antenneben ihr! Was hätt ich denn machen sollen? Come mit reinhau! Ja... Ich kann da nichts machen, ich hatte keine Ding-Ready. Ich hab ziemlich viel Abkriegzeit. Was hast du denn ready? Nichts. Oh, nichts kann nichts. Nein, ich hatte nichts ready. Ich kann viel, aber ich hatte nichts ready. Zu allem zu gebrauchen, aber nee, falsch. Zu spät. Die Allawi, die spielt mit drei Schwarzern, die hat bisher nur Angriffsschaden drin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ist schon ganz cool. Nein, so leicht mache ich's dir nicht. Weißt du, das wäre ab und zu mal cool, wenn du Last-Tits nehmen würdest. Ich hab Miss. Okay. Ich sag sowas nämlich an. Kommst du weg? Und der hat seinen Ulti schon wieder. Kommt mal her, kommt mal her. Die wollen hier einnehmen. Da sind sie nämlich. Alles klar. Ich weiß nicht, ich hab grad ein paar Lacks irgendwie. Ich weiß nicht warum. Alles klar. Vielleicht weil vorhin deine Internetverbindung weg war. Ja, keine Ahnung mehr. Alles klar. Und tot ist er. Nö. Warum willst du den Last schon wieder wegporten? Du bist fünf Meter. Ich nehm schon ein Exus. Ich, ich check's auch nicht. Alter, was sind das so komische Tentakeln? Hey, wo bin ich denn hier? Ich sag doch, Illaoi wird nervig. Oh Gott. Alter. Wisst ihr? Wisst ihr? Ihr habt euch nichts gemacht. Uh, ja, das ist richtig. Hier kommt schon ein etwas dickere Way. Außer Mundo zweimal sterben. Ey. So mal nicht hier. Ja, aber so mal doch. Jetzt kommen wir nicht wieder mit einem unsichtbaren Ruckum. Sack, zahres. Ach! Ah! Diana, übrigens Mist. Dankeschön. Ja, wir sind gerade eben auf die Line. Auf die Line, Alter. Ich zieh mir erst mal ne frische Line, Junge. What the fuck? Oh, warte, warte. Hey, Tentakel-Tan. Dann machen wir einen Abgang, Junge. Die anderen beiden kommen. Ah! Lauft. Ich kann nichts tun. Äh, die kommen von hier. Dann. Huch. Die fressen mich weg. Ja, dann renn. Ich bin in safety. Aber ich hab gesagt, ich kann nicht mitkommen. Ja, der ist. Oh! Sascha, du bist getroffen! Alles cool. Oh shit! Jetzt gewinnen wir das Spiel! Oh, Spaß. Ich stell mich gleich auf, K. weg, ey. So was muss ich mir nicht geben. Na ja, natürlich. Bell Shield. Ja. Hey, das ist durch das Bell-Shield. Ja. Hey, das ist durch das Bell-Shield. Vielleicht hättest du meine Seele spell shielden müssen, damit es nicht durchgeht. Oh, jetzt kommen überall diese, 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 diese Tentakeln auf Sascha. Und wollen ihn. Und ihn Spaß haben. Ah, arg. Tentakel-Takel. Wo? Holy shit! Ja, ich hab meine Ulti. Was ist meine Ulti? Ich bringe eine ganze Zeit. Du heilst dich extrem schnell. Alles klar. Boom! Aua, da schlägt sich ja bei mir. Sascha einfach. Kein Shit! Doch. Ja komm, komm! Ich kann nichts mehr machen. Ich hab nichts ready. Geh doch hinterher! Okay, wir müssen nicht wegschicken. Gut. Ich würde rausgehen. Oh, mein Gott, ey. Du kriegst jetzt nochmal geregelt, oder? Nein! Ich bin scheiße heute. Richtig scheiße. Oh Gott. Wir sind verdammt. Du sollst verdammt sein. Oh ey, Lau geht mir echt hart auf die Eier, dass überall diese komischen Dinge rumlungern. Richtig Rape Tentaging, Alter. Rape? Ja, Grape. So, wasch die... So, komm rauf da jetzt! Mach irgendwie Damage! Noooo! Unlucky! Ja, wie soll ich denn Damage machen, du Lappen, wenn da überall Minions steht? Ich kann mein Rap nicht setzen, weil überall Minions sind und jetzt sterbe ich! Meine Fresse, Sascha! Ich weiß nicht, was der Typ von mir will. Doch, ich weiß es auch nicht. Ich sag's dir nächstes Mal. Wenn du mit Blitzcrank wieder spielst, und dann einfach nur dumm da stehst. Ich kann mein Rap nicht setzen, da sind Minions im Weg! Ja, mein Stunt fliegt auch durch Minions durch, gell? Oh mein Gott! Ui, da war ein Maki. Hast du den eigentlich nicht gesehen, den Wukong? Wie soll ich den gesehen haben, weil... lange Zeit unsichtbar. Ja, weil ich hab ihn gerade als Tode gesehen irgendwie. Das heißt, man kann Wukong ansagen, wenn man tot ist. Slays! Pass auf, Wukong kommt hoch! Ilaoi auch? Ja. Ist keine Bedrohung. 8 Sekunden ist er tot. Also, in 8 Sekunden könnte ich ihn umbringen, weil ich... Vorsicht! Ich glaub, Ilaoi hat hier gerade rausgeguckt. Weiß, manche Leute denken dran, Wards zu setzen, Sascha. Halt die Fresse, einfach okay. Ich glaub ich... Ich schenk Sascha, wenn ich ihn jemals sehe. Oh mein Gott! Das... Hat überrasst mich geschenkt mir. Sein Schreier. Du bin ja einfach geplatzt, ey. So ein Feuerball, Junge! Und das als Mundo, das ist halt schon irgendwie ein bisschen traurig. Ich hab halt noch nur 1400 Leben. Warum hast du deine Ulti nicht gesetzt? Hab ich. Ich hab jetzt mein erstes Item ready. Ich hab jetzt mein erstes Item ready. Im Busch. Was für... Leider nicht. Was für... Ja, die Zentakel sind so ein wenig nervig. Aber geben 5 Gold. Boah, kommt's. Boah. Boah. Ähm. Boah. Ich hab Stun, ich hab Stun. Oh! Ich hab Slow. Das gibt's nicht, wie die jedes Mal wegkommen. Ja, fang. Jetzt killt die doch! Die Blöde! Dankeschön! Yay, mein erster Kill. Oh Gott. 4-11. Jungs. So geht das nicht. Doch. Weißt du, wir wollen den ja auch nur ne Chance lassen. Richtig. Wir nehmen grad uns an. Hm. Los, schneller. Los. Hopp. Hopp. Skip. Jump. Ich hab keinen Tippers. Ich mach gar nichts. Ich hab keine Hexenhauer, aber ich mach auch nichts. Oh, ne Tentakel. 5 Gold. Haha. Tentakel. Tag. Okay. Okay. Ich hab Mist. Alles klar. Ich geh da neu. Die Ana hat nur ganz leicht Damage. Hä, obwohl ich Spell-Immun bin, krieg ich trotzdem noch Damage. Schüsse nicht. Dreist. Ja, Damage. Schüsse nicht. Ja, ist ja gut jetzt. Meine Fresse. Ich glaub es war keine gute Idee 3 gegen 3 zu spielen. Aber jetzt kann man sich wenigstens nicht mehr darüber beschweren, dass die anderen im Team luken sind. Das Ding ist mittlerweile spielen wir halt so, dass wir diverse Level 30er kriegen können. Und Level 30er können auch automatisch auch irgendwo gerankt sein, oder nicht? Ja, natürlich. Also. Müsste nicht, aber können. 5 Gold. Alle Mist übrigens. Oh nein, hier sind sie. Alter, ich platze einfach. Schon wieder. Mit Mundo. So. Also ich hab von Ilaue hab ich 400. Ich hab ihr Ulti gefressen. Dieses. Ja, von ihr hab ich auch 400. Ja, 421. Nein! Und dann Wukong mit seinem Zyklon hat mir auch nochmal 400 gemacht. Ja, und ich hab dann nochmal 500 von Diana gefressen. Ja, da war ich schon tot, glaub ich. Jetzt drauf, Jungs. Okay, ich hab mal nett. Äh, ja. So schnell komm ich. Ach, ich hab noch weggebrodelt. Sextappe. Hilfe! 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 Geht alles! Geht alles! Überlebe! Überlebe! Das ist der Fallschiff. Du bist der Fallschiff. Nein, 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 nein! Ey, hatte noch abgelenkt. Ach du! Oh! Warte mal, der Wukong ist jetzt gerade nicht draufgegangen. Nein, nein. Oh fuck. Natürlich nicht. Eine Attacke hätte. Ich bin der Meinung, die hab ich nochmal draufgesetzt gehabt. Äh, scheinbar nicht. 5 Gold. Komm, gib mir die 5 Gold. Komm, 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 komm. Yay, ich hab ein Itempferd. Ja, ich jetzt gerade auch. Also ich hab jetzt... Ja, Diana hat schon Wuggles und... Oh, ich bin nicht zu viel. Ich bin gerade jetzt an meinem zweiten Item. Wukong hat direkt wieder. Wir sind sowas von Gath. Wollt. Wukong geht den Punkt einholen. Ah, scheiße. Da wollte ich gerade hin. Sascha, wir supporten dich. Los, mach Damage. Nehm ihn ein und mach Damage. Da sind sie. Oh, komm und dann geht sie nicht weiter. Wir sind... Yo, 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 yo. Ich mach richtig Damage, Alter. Ich weiß nicht, man will immer einkalkulieren, wo sie hinrennen. Und dann biegen sie immer in eine andere Richtung ab. Immer das Gleiche. Das ist ja was falsch. Ich bin komplett ready. Wir sind alle lowlife. Ich bin tot. Dass du ready bist. Nice. Ich hab eins. Wo bleibt die Axt, Sascha? Die Slowed. Da, sie hat sogar getroffen. Aua. Die Slowed, sagt sie. Ja, die Slowed auch eigentlich. Die Slowed. Ich hab ja schon, die Slowed. Aua, der hat eine Lipp geholt. Ja, ich lebe gleich wieder. Dann hole ich ihn, dann töd ich ihn. Passt auf. Glaube ich dir fast. Ja. Wenn ich dann hin gesetzt kriege, dann hole ich ihn. Okay, er rennt weg. Er hat Angst vor mir. Er hat genau gehört, was ich gesagt hab. Und hat jetzt Angst. Aua, ich hab sie gestunnt! Fuck you! What das? What damn hell. Sascha, lass mal hochgehen. Ja, kurz vor ich klären. Greedy, greedy. Das, was der Sascha auch immer ist. Was? Was? Ich und Greedy? Äh, Sascha, scroll. Sorry! Ich muss was sagen. Sascha ist zu defensiv. Ja, wir müssen uns ja irgendwie ausgleichen. Gut, Sascha. Gehen wir nicht. Good job! Alter, diese Tentacles. Oh, ich los war da wie ein Tentakel. Ja, das ist echt schlimm. Alter natürlich, jetzt kommen wir hier nach raus. Machen Abgang. Äh, die sind bei der Base. Wir müssen mal. Wer hat mir die Idee lau, ich will mich jetzt noch. Okay, ich mach ein Gesichtlauf lieber. Schön, dass du auch mal auf die Idee kommst. Ja, was? Da macht einmal jemand irgendwas und es funktioniert. Ja, und wer macht's? Danke. Ja, wer setzt den Damage drauf? Ich. Ja, richtig. Ja, wer kann's? Wer kann's? Wer kann's? Wer kann's? Wer hat den Slow gesetzt? Welcher Slow? Ich hab sie gestunt, sie war im Cage drin. Ich hab sie gestunt. Alter, wie schnell ist die denn? Ich hab ihn noch gestunt. Ach, leck mich doch an der Füße. Jetzt! Lächerlich. Du hast den Kill noch gekriegt. Hab ich den? Ach, der Bär. Die Bärs. Die Bärs. Die Bärs. Die Bärs. Gut, dass Sascha mich alleine lässt. Ja, Entschuldigung, dass ich unsere Nexus defle. Wird überbewertet. Schön, dass Sascha mich alleine lässt. Ich hätte auch gedacht, dass Wukong jetzt noch drauf geht, aber... Alter, wie weit die einfach mal chargen kann. Ja, Ulti ist halt komplett. Und wenn die dich vorher mit dem fucking Sickle da getroffen hat, mit ihrer Sichel, dann bist du sowieso genutzt, weil sie ihr Ulti sofort wieder verletzen. Nur mal kurz nachfrage. Merkt ihr, dass sie uns einfach nur zum Lachen halten? Ja. Okay. Wieso? Immer nur so. Wasch, auch wenn sie jetzt noch ne Weile trollen, wenn wir dann einfach mal full build sind... Oh, wir sind tot. Dann machen wir sie fertig. Ich bin tot, also haben wir jetzt verloren. Gut möglich. Mal kurz durch. Äh. Diana. Diana. Dio. Die macht echt 2 Heiligen Schaden, die Diana. die ist ja auch komplett und ich meine fett fd geschrieben ja da kommen alle gerade jahre das ist nicht der echte wie oft kann er denn den falschen setzen nämlich veräppeln bis sie vielleicht umher komm her Diana jetzt hermann jetzt mach ich noch ich knelt es drauf ich spiele nicht gerne Lockvogel aber das macht ja sonst keiner warte mal wenn ich mich jetzt wieder Porto beschwerte ich nur ich verstehe auch nicht den Sinn dahinter ich muss klicken so ich habe Magieresistenz jetzt ein bisschen Sascha will jetzt mal einnehmen gehen hier das garantiert den Krieg das da supporte dich von ganz weit hier hinten ich bin ich bin da falls sie auf dich zukommen slow ich sie weg Diana kommt von unten Diana muss zuerst stemmen Diana kommt hoch irgendwie so halb hoch Pass auf, geback, geback, geback aber ja und dann und dann killt sie mich jetzt haben wir sie Jo, fast holy fucking shit wir haben hier die Arme ich lebe toll toll ja jetzt def mal wir haben da einen von den Ball ok ich wusste das, ich wusste das und den Minion gekriegt ohhh aber über mich beschwert der Typ sich ey it's time to say goodbye ne, die wollen doch nicht defenden die haben zu viel Spaß ich will das nicht, ich will das nicht sehen ja jetzt stirbt er stirbt er stirbt jetzt oh, ich hätte gut von uns gesehen jetzt, mach doch irgendwas hau, hau drauf fuck ich hab meine Route jetzt wieder in 30 das ist so leicht problematisch komm da ja, Tentakel-Takel hat's getötet meine Axt hatte sie beinahe getroffen, aber dann ist sie noch ausgeflasht ja, mein, meine, äh Wichtigkeit hätte sie aber auch beinahe erwischt wukong bei mir ja, wir kommen hoch Diana? ja, ne? jaa jaa boah, wie das nicht sein kann, ey wie der Typ die ganze Zeit aus meinem, aus meinem Stun rausspringt kommt noch rum oh fuck jaa oh Gott äh, Diana kommt wieder nach unten zu dir wir sind wieder abgedreht, Vorsicht die kommt ach so er hat's mal rum oh Gott, da kommt sie nein, Sascha reizt, sie hat uns gesehen nicht Leute wieso macht jetzt keinen Scheiß, wir müssen auch deffen hier jaa ach nee die bleibt einfach stehen, die macht einfach nichts muss sie auch nicht bei uns, Bobo's ahhhh, wir haben halt einfach echt null Items, ey boah wir müssen die einzelnen, zwei schließlich fertig ja, jetzt pushen wir zur Top und wir sind Dech vom Netz kann jemand einen Stun setzen? jaa jetzt ich setz den zweiten hab ich wie Wukong immer noch im letzten Moment aus meiner Dingroschart stellen das gibt es nicht aus meiner Ulti sonst hätte ich den jedes mal erwischt hier jaa WAPDAN WAPDAN war alles gelten tot jaa das ist übrigens kein Stun, sondern nur ein Cage ja also die können weiter angreifen ja schon klar ich weiß, das ist nur ein Cage ich sag halt trotzdem Stun ach warum sagst du ja auch immer hä, warum konntest du trotzdem noch angreifen? Stun war doch drauf nee, nicht mit Ding nicht mit äh bei Ding ist es dann weil Annie hab ich das mal gesagt dann hau wenigstens drauf, wenn du Ulti anschmeißt ja du nee, man greift nicht an, wenn man die Ulti anschmeißt dann läuft man weg jaa das ist ne Flucht-Ulti Junge, geh mir doch nicht auf den Kekse scheiß Spiel tch 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 guck mal, die sind doch Ü30, hallo? die sind alle Ü30 wie lol schon seit knapp 20 Jahren frag mich, ob er in 20 Jahren wirklich noch Leute spielen wird was hab ich gekriegt? ein B-? willst du mich verarschen? ich hab 8, 9! Sascha, was hast du? ein A plus? ein C plus c plus t plus, ok wir haben gegen 2 Level 30er auf jeden Fall gespielt ja und ein Level 18er und euer Level 30er ist 30er naja, nicht auf der Höhe warte mal, Endscreen den rumschalten so Gladick du darfst ja, vielen Dank wieder fürs Zusehen wenn ihr das aus der Sicht der anderen sehen wollt schaltet auch bei denen rein und links sind natürlich unten in der Beschreibung bis zum nächsten Mal, ciao tschö 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 tschüss